Beppe Guardiola und Manchester City sind wieder ganz nah dran, an der Tabellenspitze. Nach dem letzten Patze der Reds hat Jürgen Klopp nur noch drei Punkte Vorsprung auf seinen katalanischen Trainerkollegen. Und während Liverpool derzeit etwas zu schwächeln scheint, kommt der englische Meister richtig in Fahrt. Besonders von einem seiner Spieler ist Trainer Beppe Guardiola derzeit begeistert. Beim 3-1-Erfolg der Citizens gegen Arsenal, erzielte Kun Aguero einen Hittrick und spielte sich so mit zum Spieler des Tages. Doch wenn es nach Beppe Guardiola geht, dann ist gerade ein anderer Spieler unverzichtbar. Für mich ist es gerade fast unmöglich, Bernardo Silva auf die Bank zu setzen. Momentan sind wir Bernardo und zehn weitere Spieler. Ich weiß nicht, was dieser Typ in dieser Saisons getan hat. Egal ob er im Mittelfeld oder außen gespielt hat, jedes seiner Spiele war perfekt. Er übernimmt Entscheidungen und die Art wie er kämpft, wie er das Spiel offensiv und defensiv liest, die Art wie er das Spiel lebt, ist perfekt. Jedes Mal, wenn wir eine Chance vergeben, macht er dieselbe Reaktion. Er steckt den Kopf dramatisch in die Hände. Er lebt das Spiel einfach und ist voll involviert. 2018-19 kommt der Protugiese nach 32 Spielen auf 8 Tore und 7 Assists. In der vergangenen Saison kam er nach 53 Spielen auf 9 Tore.